Liebe Freunde der virtuellen Zeitverschwendung, es ist abends 23 Uhr, das heißt es ist die perfekte Zeit für die virtuelle Zeitverschwendung. Ich werde sie aktiv betreiben und ihr werdet mir aktiv dabei zugucken, das weiß ich genau. In der letzten Folge haben wir Augmented Reality Training gemacht mit Batman und damit eigentlich einen ganzen Part verschwendet. Wir haben aber so einen übelst geilen Haken gekriegt, mit dem wir jetzt quasi nie wieder auf den Boden müssten. Aber das soll uns nicht weiter stören, wir müssen hier den Joker finden in Joker's Fun World. Und das machen wir jetzt einfach auch ohne Umwege, da kenne ich nichts. So. Joker's Fun World, da hinten, da war sie. Joker's Fun Land. Als Batman. Genau das ist der Haken, mit dem ich gesprochen habe. Gucken wir da hier head on? Natürlich können wir da hier head on. Wenn ich rauskomme, wenn ich rauskomme, gehe ich rauskomme, gehe ich direkt aus Gotham's Stinkin City. Hell, ich werde sogar Blut bekommen, sogar einen Schuss. Anywhere, aber hier. Hallo. Hey, du. Batman. Es ist Batman! Wow, und Kabam! Oh, Double Counter. Wir können also doch Double Counter. Ich erinnere mich, dass man nicht Double Counter kann. So, Vermöbelung. Oh, du hast unseren super, äh, super Critical Schlag Run kaputt gemacht. Kinder, heute geht's mir wieder richtig gut. Ich habe diesen, äh, super schlechten Far Cry Part, den ihr jetzt letztens erst gesehen habt, äh, ausgeglichen mit einer Session, in der ich Far Cry mal so richtig gezeigt habe, wer der Boss ist. Und in dem sich das Spiel auch wieder von seiner angenehmen Seite mit sehr viel Story Progress gezeigt hat. Aber das soll uns jetzt hier nicht weiter, äh, kümmern. Denn wir sind Batman und wir müssen uns jetzt hier um fette Schurken kümmern. Äh, ich muss jetzt zu meiner absoluten Unterhaltung zugehen, dass ich gestern Abend zum wiederholten Mal mit Dark Knight Rises geguckt habe, was echt geil ist. Ähm, und der Film gefiel mir auch wieder genauso gut. Es ist einfach, ich glaube, ich werde den jetzt jeden Tag einmal gucken und mich unendlich freuen. Okay, jetzt bin ich hier gerade echt ein bisschen kurz vorm Abkacken. Wenn hier jetzt einer mit der Schusshoffe dabei gewesen wäre, der hätte mich richtig dick basteln können. Hier, du, komm, du hast einen Freischlag. Weil ich so gute Laune habe. Knack, Schulterbruch und tot. Oh, Batman. Supermaster of Shit in the Clit. Ja, Clit ist, äh, das englische Wort für Clitos. Das war nicht beabsichtigt. So, wo können wir denn hin hier jetzt? Wir sind wieder hier Space mit schnell laufen. Das ist echt eine tolle Angewohnheit. Das Spiele, das gerne mal switchen. Hier muss der jetzt mal irgendwo... Wo ist denn hier der Eingang? Das ist all das Krab, das strange konfisziert. Let's go. They must be given in somewhere, right? Wir folgen jetzt einfach mal dieser Straße. Ganz unauffällig. Das verraten wir dir nicht. Hä? Wollt ihr nicht gerade jemanden? Na ja, gut. Wie dem auch sei. Ach, da unten. Na komm, du kriegst es von uns. Dive-Bomb! Mega-Schlag! Ihr könnt uns doch alle gar nichts... Seht ihr, wie wir die hier alle abschmatzen? Och. Wir haben auch von Teufel gespricht. Boah, das ist toll. Manchmal hat man dann so einen krassen Lauf, wo einfach jeder Konter hinhaut. Wo man einfach richtig... Richtig fett... Batmanisiert. Haha! Och, toll. Jetzt muss ich mal wieder so ein Critical-Ding anfangen. Oh, Leute, das ist ja... Oh Gott, das sollte ich in Zeitung wiederholen. Oh, Leute, das ist ja... Oh Gott, das sollte ich in Zeitung wiederholen. Das habe ich zugesagt, damit ich nachher beim Editieren dran denke. Das ist ja mal ein absolut krass. What? So, jetzt bist du taub. Oh, das ist nicht schlimm, weil... Der hat keine Nase mehr. Oh, ihr seid ihr alle tot. Oh, wie hart. Jetzt werde ich doch immer hier langsam... Jokers Funland Shit finden. So, und... PANG! Komm schon. Go. Das ist toll, man kann in Batman echt viele und lange Parts nur mit Schlägereien füllen. Aber so unglaublich funny sind. Dann komm, hier, freischlagen. Kaputt. Kaputt. Jetzt heul doch, man. Das ist, wo du kommst, morons. Du musst die Stilmüll protectieren. Protect sie mit deinem Leben. Weil, wenn du failst, ich werde sicher, dass deine sterblichen Lagen nicht zippt werden. Hört der bösen Frau nicht zu. Ihr seid echt toll. Ihr lasst euch von mir verprügeln. Oh, oh. Uh, ihr wird nicht auf mich geschossen, Kinder. Da sind wir gleich weg. So mache ich nicht mit. Ich mache Nahkampf, ihr macht Nahkampf. So einfach ist das. So ein Zufall, dass ich hier schon oben drauf bin, auf dem Main Chimney, oder? Nee, das ist da oben, ist der Main Chimney. Aha. Tut mir leid, wenn das jetzt ein bisschen sauverwirrend war, weil mehrere Leute gleichzeitig gesprochen haben. Ich habe keine Ahnung, warum in diesem Spiel jeder permanent irgendwelche Funkdurchsagen machen muss. Das ist nicht toll. So, wir sind drin. Das war komisch. Ich glaube, das hätte nicht so schwarz aussehen sollen. Naja. Wie dem auch sei. Wo sind wir denn? Ich glaube, da ist es heiß. Zack. So. Spazieren gehen. Zack. Sliding. Jawohl, wir sind Batman. Wir können alles. Hä? Aha. Ah, wir können sogar klein, ne? Tja, wie machen wir das jetzt? Da sehe ich irgendwas. Au, 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 au. Detective Mode. Da, das habe ich mir doch gedacht. Select Backclaw. Oh, aim. Fire. Oh, ich habe gedacht, dieses System. Gott sei Dank. Mann, wäre das anstrengend gewesen. So. Dann kommen wir ja hier. Schwupps. Convenient. Hallo. Oh, hier. Komm, hängen. Und wieder hoch. Ich bin das Batman so kämpfen muss. Mach nicht alles kaputt. Aber was für ein gelenkiger Athlet. Der Batman. So. Detective Mode. Oh ja, das Explosive Gel. Das kennen wir noch von. Arkham Asylum. So, wie können wir das jetzt detonaten? Schwupps. Juhu. Und da sind wir drin. Ja, das war ja gar nicht so unleicht. Das war ja völlig klar. Hä? Ach so. Hm. Ich weiß was. Ja, ich hab. Gotcha. Ich weiß nicht, Mann. Du olst ziemlich krank. Du meinst schlimmer als sonst. Schau mal, Mann. Juhu. Du hörst dich. Das ist wie Batman. Ich weiß es, Mann. Das ist wie Batman. Ich weiß es, Mann. Wenn das passiert. Ich versuchte dir, was vorhin etwas mehr. Ich versuchte dir, Mann. Nein, Mann? Ich versuchte dir mein best. Ich versuchte dir. Du solltest dir hart. Oh, oh, da kann ich nicht hingucken. Das ist wieder nichts für mein kleines Seelchen. Ach, lass doch die Frau in Ruhe. Ob Mr. J da ist? Hä? Ah, old school. Sehr schön. Ist auch nichts. Ja, ich helfe dir gleich, warte. Oh Gott, der hat bis ein Arm. Der ist gerade lustig geworden. So ein Zufall, da haben wir ja noch mehr Zeit. Hier könnte man quasi schon raus, ne? Das machen wir aber nicht. Wir gehen hier weiter. Gucken wir uns mal an, was wir hier noch so reißen können. Aha, aha. Aha. Jetzt hier noch. Ach so, das ist ein Brüssel. Ne, ist es nicht. Ich verstehe es nicht. Gut, wieder zurück. So, woher jetzt vielleicht mal rausgehen und... Ging das jetzt bloß nicht, weil ich hier der Pipe nicht back gefollowed bin, oder was? Ah, ahaha. Wir können ja hier super Quickfire machen, quasi. Schön. Ah, der Joker's Crew da sind... Wollt ihr dafür leiden vielleicht? Ich glaube, das ist eure Absicht. Batman-Action-Aussicht. Los geht's. Kabam! DDT! Special Take-Down! Oh! Nix ist hier mit Verprügeln. Und Special Take-Down! Knack! Oh Gott, tut der dir weh. Au! Backbrake! Don't get somewhere better to be! Kebash! Oh, wir sind viel zu mächtig für euch hier. Oh, da wollte ich schon wieder das N-Wort sagen. Das meine ich ja auch gar nicht böse. Hoffentlich habe ich keinen Zuschauer von euch, der schwarz ist. Ich habe überhaupt keine Probleme mit euch. Es tut mir leid, das ist bloß Reflex. Ich meine das überhaupt nicht negativ. Ich bin Batman, ich bin überall. Es geht sich nichts an, was wir hier tun. Nee, das finde ich jetzt nicht so schön. Level up. So, was kann man dann hier mal? Batsud. Shockwave attack. Das ist ein shockwave attack. Divebomb while gliding. Shockwave attack after landing. This gadget automatically stores the kinetic energy from the divebombing directly into the ground. You can then trigger this after landing to send out a kinetic shockwave which knocks any non-armored enemy into the immediate vicinity or to the ground. Reduce when any common large number of huge Arkham streets. Ja, das ist eine nette Spielerei, oh. Was haben wir da noch? Special Cup, ah, nee, das ist dieser komische Boost, den ich nicht verstanden habe. Das, ach ja, irgendwelche Fledermäuse beschwören. Predator. Ah, das haben wir also alles. Und für Catwoman könnten wir auch Skills kaufen. Nö, das machen wir nicht. Ich glaube, wir nehmen einfach mal so ein bisschen Armor Upgrade. Gegen melee attacks. Das ist doch schön. So. Alfred, Joker ist hold up in the manager's office in the steel mill. I'm sure you'll find a way, sir. Of course I will. Some of his goons dragged the doctor away. I'm going to find her first, then deal with Joker. Hallo? Was habe ich gemacht? Ach so, das ist jetzt automatisch gewesen. Jetzt wollte ich gerade... Oh, 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 war ich gerade verwirrt. Aha, aha. Oh, ist das schrecklich. Oh doch, wir können. Aber entgegensetzt. Oh, das ist ja so schlimm. Oh, Mr. James, it's a miracle. You look perfect. Oh no, it's not you, is it? You acquired army. So, wir müssen hierhin quasi. Scan a currently unobtainable trophies to add them to map the collection later. Ah, das machen wir doch. Scan. Tagging Riddler Trophy. Zipp. Aha. Das ist dann also quasi später mal wichtig vielleicht, wenn uns das interessieren sollte. Ich bin eigentlich nicht so der Trophy Collector. So, Kinder. Ich bin Batman. Was ist hier drin los? Ah, ah. Und schon sind wir hier oben in so einem Zwischenraum-Dings. Und machen das Ganze mal Batman-Style. Das ist geil. Schau da an. Schau das an. Wie kann man hier oben bleiben? Ich will hier oben bleiben. Da vorne. Da vorne. Dann hängen wir hier mal. Und jetzt machen wir hier doch. Drop down. Einmal. Zipp. Schluss. Und ihr kriegt alle beide so ein kleines Doppel. Jawohl. Vorbei. Schön. Raum gesäubert. Und ich glaube, der Part ist jetzt Part. Äh. Wir machen aber gleich weiter. Bleibt dran bei Batman Arkham City. Wir sind Batman. Was soll man noch anderes noch zu sagen? Corel P100 freut sich auf euch. Batman Arkham City. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.